Die Wollnys feiern einen besonderen Jahrestag, Harald und Silvia sind seit zehn Jahren ein Paar. Doch ausgerechnet an ihrem Jubiläum lügt er seiner Partnerin ins Gesicht. Punkt seit 2011 begeistern die Wollnys nun schon die RTL 2 Zuschauer und wenn es nach der Großfamilie geht, ist noch lange nicht Schluss. Punkt inzwischen besteht die Serie bereits aus 16 Staffeln, die natürlich vor vielen Pannen, kleinen Dramen und herzerwärmenden Momenten strotzen. Doch auch die ein oder andere Lüge wird in der Sendung aufgedeckt. Die Wollnys feiern zehn Jahrestag von Harald und Silvia. Doch alles geht schief. Aktuell geht es weiter im Alltag der turbulenten Großfamilie. Neue Folgen der Wollnys laufen im TV. Darin wird auch ein besonderer Tag angesprochen, der selbst Silvia zu Tränen rührt. Das zehnjährige Jubiläum von ihr und ihrem Partner Harald Elsenbast steht an Punkt. Doch ausgerechnet an diesem romantischen Tag geht einiges schief. Zunächst kommen sich Silvia Wollny und Harald Elsenbast bei der Planung des Jahrestages in die Quere. Beide möchten einander mit einem Frühstück in Zweisamkeit überraschen. Anschließend sorgt das Familienoberhaupt für einen peinlichen Moment, als es das angefertigte Liebesschloss mit dem falschen Datum gravieren ließ. Silvia Wollny enttäuscht, Freund Harald lügt Familienoberhaupt an Punkt getobbt wird das Ganze aber von einer Lüge, die Harald seiner Liebsten eigennützig auftischt. Punkt. Für den Abend hat er ein Restaurant ausgewählt, welches prompt als Ort des ersten Dates verkauft wird. Punkt. Sofort wird er von Silvia Wollny entlarvt, willst du mich jetzt verarschen oder was? Ich weiß ja nicht, mit wem du hier beim ersten Date warst. Im Interview gibt er zu, dass er sich keinesfalls im Lokal geirrt hat, sondern sich mit einer Notlüge ausgeholfen hat. Ich weiß ja, dass hier nicht das erste Date war, sondern woanders, aber hier ist das Essen besser wie dort, gesteht Harald im RTL 2 Interview. Punkt. Gegenüber Silvia gibt er allerdings nicht zu, sich nicht im Restaurant geirrt zu haben. Punkt. 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 Punkt.